Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Lebenskraft-Podcast. Und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Ja und heute in diesem Healthy Shot möchte ich dir mal ein paar Wunderwaffen ans Herz legen. Und die Rede ist von der Naturmedizin, die du essen kannst. Und die, die ich dir heute mitgebracht habe, die können so viel, dass sie eigentlich in deinem Nahrungsplan oder Ernährungsplan unbedingt einen festen Bestandteil haben müssen. Denn die können so viel, die haben so viele ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe, dass sie wirklich als Medizin in meiner Welt zu bestimmen sind. Und vielleicht gönnst du dir jetzt, das ein oder andere Mal eben auch auszuprobieren. Und du hast es bestimmt schon gehört, dass Wurzeln, Beeren und vor allen Dingen Algen so gesund sind. Die Frage ist nur, wie oft isst du die denn auch? Und fangen wir einfach mal an bei den Wurzeln. Die Wurzeln, die sind ja viele, viele, ja teilweise sogar Jahre in Mutter Erde, manche auch ein bisschen kürzer. Und allein energetisch haben sie die ganze Power von unserer Mutter Erde eben auch gespeichert. Denn Energie kann ja nie verloren gehen. Und die klassischen Wurzeln, die du kennst, ist natürlich Ingwer, Kurkuma, Rote Beete. Aber wir haben eben auch die Selleriewurzel und auch Topinambur, um nur ein paar davon zu nennen. Und das Besondere bei diesen Wurzeln ist natürlich auch die Zusammensetzung, weil die haben so, so starke, bioaktive Verbindungen. Ja, die haben sie. Und die sind entzündungshemmend und stärken dein Immunsystem. Beim Ingwer kennst du das, der hilft ja auch gegen Übelkeit oder Kurkuma. Ist ein ganz, ganz starker Antioxidant und hat auch entzündungshemmende Eigenschaften. Und man sagt dem Kurkuma sogar nach, dass er so, so gut gegen Krebszellen wirkt, dass sehr, sehr viele Naturheilpraxen, Praxen, 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 du weißt, was ich meine, ja, dass sie sogar Kurkuma-Infusionen den Krebspatienten verabreichen. Ja, ich bin da auch fest davon überzeugt, denn die ganzen Asiaten benutzen Kurkuma ja auch hoch und runter. Und die hatten mit die geringsten Krebsraten überhaupt auf unserer Welt. Ja, aber was ganz Besonderes ist natürlich auch sowas wie eine Selleriewurzel. Und mein Tipp an dich, hast du schon mal einen Sellerieschnitzel ausprobiert? Jetzt sag nicht gleich nein und rümpf nicht gleich die Nase, sondern probier es vielleicht mal aus. Das ist mein Tipp an dich. Und so einen Sellerieschnitzel, da kannst du einfach so einen dicken, fetten Sellerie nehmen und den schneidest du dir in dünne Scheiben. Entweder kochst du diese Scheiben kurz und dann legst du sie in deine Bratpfanne. Achtung und vorher, bevor du sie in die Bratpfanne legst, da wendest du diese Scheibchen und zwar mit gutem Olivenöl und dann mit Walnussmehl. Ja, du hast richtig gehört. Und wenn du diese dünnen Scheiben dann getränkt in Olivenöl und mit Walnussmehl röstest. Also ich kann dir garantieren, du drehst durch vor Glück, wenn du diese leckeren Selleriescheiben, die man als Sellerieschnitzel bezeichnet, dann mit einem köstlichen Salat und vielleicht einer tollen Creme Fraiche, ich mache das natürlich vegan, dann einfach isst. Es schmeckt so lecker und es ist super gesund. Topinambur ist im Winter eine Wurzel, die findest du überall und es ist so köstlich. Dieses leckere Wurzelgemüse, was so gesund ist und viele Vitalstoffe enthält, eben auch meinen guten Eintopf zu essen. Mein Tipp an dich, integriere mehr Wurzeln in deinen Nahrungsplan. Dann hast du es schon gehört mit den Beeren. Die können so, so, so viel. Und ja, es gibt eben auch tiefgefrorene Beeren im Winter. Die haben nicht mehr ganz so viele Bio-Photonen, aber die kannst du auch mal benutzen. Das ist auch okay, denn diese Beeren, die haben so viele Antioxidantien, die sogenannten Anthocyane. Ja, das sind diese ganz besonderen Stoffe, die es eben in den Beeren gibt. Und das sind quasi Wunderwaffen, wie eine kleine Präventionskur gegen Krebs und auch vor allen Dingen gegen Herzkrankheiten. Und einer meiner absoluten Lieblingswissenschaftler, das ist Professor Beliveau, der ist ja im Krebsforschungsinstitut in Kanada, in Montreal, ganz, ganz aktiv. Der hat sogar ein wunderbares Buch geschrieben, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Das bringen wir dir hier nochmal in die Shownotes rein. Wenn du es noch nicht gelesen hast, kannst du übrigens alle Bücher von Professor Beliveau hoch und runter lesen. Ein toller Wissenschaftler, der einfach mal aufzeigt, wie gesund du dich ernähren kannst. Und vor allen Dingen, was die natürliche Antikrebsmedizin eben auch ist und wie du die essen kannst. Beeren enthalten auch ganz wenig Zucker, also ist natürlich auch wunderbar zum Thema Abnehmen. Und last but least, das, was ganz wenige Menschen machen, ist genügend Algen zu futtern. Achtung, bitte immer alles nur Bio. Denn wenn du die Algen kaufst und die sind nicht Bio, Algen können unfassbar gut Dinge speichern, dann speichern sie eben auch die ganzen Schadstoffe und vor allen Dingen auch die Schwermetalle. Spirulina, Nori, Wakame, es gibt so viele tolle Algen und schau mal, was du bekommen kannst. Gibt es auch als gute Pülverchen, gibt es eben auch als Nahrungsergänzungsmittel, aber es gibt sie eben auch und zwar getrocknet in deinem Bioladen Bio. Und das ist meine Empfehlung an dich. Ich kaufe dir die, denn das sind Bomben an Mineralien, Bomben an Proteinen, wo die meisten Leute eh viel zu wenig haben. Die enthalten ganz viel Eisen, Calcium und vor allen Dingen zwei wichtige Faktoren, die die meisten Menschen viel zu wenig haben, nämlich Jod und vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren. Ja, und ich bringe dir auch hier nochmal, hier als Link einfach ein paar Algen, Bio-Algen, die du bestellen kannst, damit du weißt, okay, was meint die denn? Ja, und wenn du da eine leckere Suppe machst, schmeißt die in Eintöpfe rein. Esst das einfach so, so köstlich. Die sind eine unfassbar tolle Quelle eben für diese pflanzlichen Proteine, wo die meisten Menschen einfach viel zu wenig haben. Heute, in diesem Healthy Shot, ging es mir darum, dir nochmal ans Herz zu legen, wie gesund die Wurzeln sind, wie gesund die Beeren sind, wie gesund die Algen sind und dass du mal schaust, dass du das integrierst in deinen Ernährungsplan. Vor allen Dingen, wenn du die Sachen integrierst, dann wirst du nicht nur gesünder, vitaler, du wirst auch besser aussehen. Denn gerade das Jod und vor allen Dingen die Proteine, die so wenig Menschen ausreichend zur Verfügung haben, das macht sich bemerkbar. Das kann ich dir sagen. Also man sieht es den Menschen eben auch an, was sie essen. Also ich hoffe, wie immer, dir hat dieser Healthy Shot gefallen. Denn teile diesen gerne an ganz viele Menschen, die viel zu wenig pflanzliche Proteine zu sich nehmen. Teile diesen Healthy Shot aber auch an Menschen, die einfach noch gar keine Ahnung haben, was könnten die denn gesundes in ihren Ernährungsplan integrieren. Und wenn es nur so ein paar Sachen sind, dann hast du heute zumindest schon mal drei Impulse, die du weiterleiten kannst. Wie immer gibt es diesen Healthy Shot auch bei YouTube. Schau dir das gerne an. Und vor allen Dingen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Integrieren von Wurzeln, Beeren und Algen in deine Ernährung. Das ist nämlich wahre Naturmedizin. Ich wünsche dir nur das Allerallerbeste von Herzen. Deine Kerstin